Alter Was? Ich kenne das nur aus South Park, wo Butters einem den Cock wegschießt. Echt? Okay, das kenne ich zum Beispiel nicht. Okay, super. Boah, endlich geschafft. Mach nur einen Scherz, ich kenne das Spiel nicht. Echt? Aber die Waffen gibt's tatsächlich. Elektroschocker und Pfefferspray. Die gibt's. Lol. Habe ich aber nicht dabei. Ah, ja. Ja, machen wir direkt weiter, oder wie? Runnin habe ich noch. Jetzt habe ich hier was... Das war schon noch erobert, ne? Hier geht's weiter. Das ist ja furchtbar. Ist das eine Mission? Das ist ein Auftrag. Okay, und hier ist eine Festung. Genau. Genau. Das ist erobert. Und so weiter. Dann habe ich gut geraten. Aber wie, ey? Ich dachte jetzt echt, du weißt das. Was? Was? Ich zerlaufe für dich auf alles und jeden. Oh, was geht denn hier ab? Oh, geil. Hm. Wieder heißer Käse im Chat. Geil. Aber darf man ja nicht richtig einen Link rein posten. Um was geht's? Aber ja, das stimmt. Das darf man nicht. Außer Clips. Clips sind erlaubt. vom Stream. Ja, man darf auch nicht bunt schreiben. Das ist den Mods beibehalten. Und den Bots, den Mods-Bots. Doe ich das. So sorry. Ich würde ja nicht Backseat-Gaming. Was? Ich würde ja nicht Backseat- Achso, ja. Ja, ja, stimmt. Ist ja ein bisschen... Wäre... Stimmt. Ist eigentlich tatsächlich... Wäre das ein bisschen Backseat-Gaming. Aber... Ja, dennoch. Achso, wo butters einem den... Ja, gut. Ja, gut. Das gehört ja sowieso dann nicht rein in den Chat. Oder den Stream oder wie auch immer. Ja, nee. Das passt schon. Hm... Was können wir bei den Ronnen weitermachen? Oh, guck mal! Die haben wir nämlich noch gar nicht, die Bruderschaft, ne? Und Third-Street-Saints-Festung? Hä? Third-Street-Saints-Festung. Aber wir sind doch die Saints. Wieso müssen wir unsere eigene Festung angreifen? Was? Was passiert hier? Da muss ich, glaube ich, mal hin. Vor allem die Bruderschaft haben wir auch nie gemacht. Aber die Ronnen, da geht's halt auch weiter. Was sollen wir jetzt machen als nächstes? Aber guck mal, wir erobern schon recht gut hier alles, ne? So allmählich gehört uns bald alles wieder. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir müssen eigentlich mal... Wir müssen eigentlich mal... Komm, wir machen hier weiter, oder? Wir machen jetzt hier weiter. War jetzt ein guter Abschluss, weil wir jetzt den Heini vernichtet haben. Ja, guck mal, wie es hier weitergeht. Komm, wenn wir eh schon mal hier sind. Los geht's. Wo sind wir da stehen geblieben? Werden wir jetzt sehen. Werden wir jetzt sehen. Warum? Warum musst du ein Böge sein? A Kooji bought every first class seat on the plane. Looks like he's traveling with friends. That'll make killing him a lot more interesting. Well, if you want to welcome him to America, you better hurry. His plane's gonna land soon. We're just gonna sit around all day? Wir sind einfach so doof. Äh... Passt doch irgendwie irgendwo zum Duke, oder nicht? Der Duke passt doch voll perfekt zu Saints Row. Das ist so bescheuert. Hallöchen, Leon. Schönen guten Abend. Na, alles fit? Ups. Wow. Wow. That asshole wouldn't have got away. Yeah, sure you would. Yeah. I'm... Hey! Hey! Alles klar, auf zum Flughafen. Alles top und selber? Ja. Soweit. Gut. Alles... Nur müde. Sehr. Ach nee. Das war meine Musik. Too bad, dass es so war. Wenn du die Saints raufst, kannst du auf was die Hölle du willst. Aber jetzt bin ich auf der Radio. Warum musst du so sein? Sie reden wieder übers Radio. Wie geil. Später singen die sogar zusammen. Im dritten Tal zumindest. Voll lustig. So, Moment. Ich muss hier erstmal... Ich kann grad nicht in den Chat klubschen. Ich muss hier Auto fahren. Bin da. Wer noch? Benutze den Hintereingang. Alles klar. Mach ich gerne. Ich komm gern von hinten. Was? Okay. Toll. Darf ich mal... Kamera dürftest du dich dann bitte drehen. Danke, tschüss. Oh, hier muss ich. Hier ist der Hintereingang. Hier geht's hinten rein. Tada. Und jetzt? Warte mal ganz kurz. Ich muss... Spritzen. Sprayen. An die Wand. Tun. Hier. Cox on the road. Tut den Hintereingang. Cox to the rail. Tut den Hintereingang. Das ist ein Scheiß, Mann. Ah, Leute. Zuerst mal hoch und runter wieder. So, jetzt können wir weiter sprayen. Wunderbar. Und fertig. Perfekt. Scheiß. Bin kurz weg, alles klar. Dann bis später Käse. Bis später. Ähm. Ich Backseat-Game immer setze mich gern hinter Streamer, die gerade zocken. Ich flüster ihnen dann ins Ohr. Geil. Aha. Ah. Mh. Ich, äh, hinbekommen, dass Moba bei mir Links und Clips von anderen Streamern gleich timeoutet. Und meine Clips zulässt. Voll gut. Was? Wie hast denn du bitte hinbekommen, dass er Clips von anderen Streamern timeoutet? Ist das bei mir auch so? Das haben wir nie ausprobiert. Kann das mal grad jemand... Ja gut, das muss ja außerhalb der Bots jemand tun, ne? Würde mich interessieren. Das haben wir eigentlich nie ausprobiert. Aber tendenziell ist ja bei mir auch so, ja. Dass, äh, das automatisch eigentlich erkannt wird. Hier steht einfach ein geiler Jet. Ist ja geil! Ja eben. Jetzt kann es niemand testen. Vielleicht kann es ja mal jemand testen. Irgendwie... Einen Clip... Reinballern. Ups. Von einem anderen Streamer. Ausnahmsweise. Die Mods würde ich dann aber drum beten, das wieder zu entfernen, falls es funktioniert. So. Och man, jetzt gib mir halt einfach direkt den Checkpoint. Weißt du? Da denkst du immer, okay, das ist es. Hier triggert es dann. Nee, da musst du immer die Sachen abklappern. Es ist merkwürdig Design, manche Sachen hier in dem Spiel. Es ist ein echt gutes Spiel schon. Aber es hat so seine Schwierigkeiten. Es ist so ein bisschen blöd Design manchmal. Begib dich zum Gate. Okay. Auf geht's. 11.000 haben wir. Geile Scheiße. Können wir nächstes Mal unsere... Unser Loft aufrüsten. Oh nee ey. Flughafenballerei. Was ist denn hier los? Aber das sind nicht die wichtigsten. Einfach dran vorbei. Hier immer die mit den Pfeilen abballern. Immer ganz wichtig. Immer auf die Ziele fokussieren. Und am besten nicht sterben. Ich geh mal kurz hier hin. Ah. Haha. Hat sich schon gelohnt. Danke Piers. Piers ist cool. So. Äh. Nani. Alles klar. Hä? Jetzt muss ich hier einfach... Hä? Jetzt muss ich hier einfach... Hä? Jetzt muss ich hier einfach... Hä? Jetzt sind komplett bekloppt. Das ist schön. You like what you see, ladies? Herrlich. Put some spinners on this bitch and it'll be alright. Haha. Oh schnell, schnell, schnell. Hier müssen wir durch. Wuhuuu. Oh lol. Yara oder doch... Ja moin Link. Äh. Oh lol. Die sind ausgestiegen. Hä? Äh. Hä? 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 Jetzt? Ja. Alter. Ja, natürlich! Was? Dieses Spiel? Hä? Ich hab 3000 Frames verloren, was ist denn heute wieder los? Oder halt die letzten Male, ich muss doch was ändern. Der ändert halt auch die Framerate gerade irgendwie seltsam. Ist ja irgendwie komisch. Egal. Ich werd das mal ein bisschen drosseln, dann wird's schon wieder funktionieren. Ab durchs Schild! Ja, mann! Geile Scheiße. Ich kann sie hier noch gar nicht töten, ne? Ich muss sie einfach nur erstmal verfolgen. Das ist so bescheuert. Jetzt knall ihn ab! Oh Mensch, Pierce, was kannst du eigentlich? Auf geht's. Äh... Und dann? Geschafft! Missionen sind seltsam. Das ist, äh... Ah, guck mal! Das ist, äh... Shogo-san. Ich weiß nicht, was ich zu sprechen. Hallo? Was ist passiert, Junichi? Was ist passiert, Junichi? Was ist passiert, dass du dein Vater zu sterben ist? Ich habe nicht gefragt, Junichi. Was ist passiert? Ich bin in den Airport, um zu retten, 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 um zu retten. Ich habe ihn mit ihm gesagt. Ich habe ihn mit ihm gesagt. Nein. Was? Du Vater hat ziemlich klar, dass er nicht mit dir zu sprechen. Alles, was du ihm sagen kannst, wird mir durch. Du ungratulierst, kleiner... Sayonara. Ah, Mist. Der hat uns einfach gesehen und den... Beschützt. Scheiße, aber den werden wir noch erwischen. Den kriegen wir schon noch. Gut. So viel dazu. Eine interessante Mission. What the fuck? Kam der gerade... Kam der gerade... Kam der gerade... Von hier... Lol. Was so... Die Skateboardfahrer sind auch immer witzig hier. Boah, mir fallen die Augen zu. Oh Mann. Voll nervig. Drei Stunden haben wir auf dem Tacho. Oh Mann, ich wollte heute echt länger streamen. Was haben wir heute Dienstag, gell? Ich bin hier... Ah... Morgen ist Mittwoch. Morgen wollte die Coon mit mir streamen, eigentlich so tendenziell. Eventuell... Ist jetzt ein bisschen blöde... Wie machen wir das jetzt? Ich habe keine Ahnung, man... Hm... Ich komme hier nicht vorwärts. Wie viele Missionen sind es? Insgesamt 45 oder so im Käse, gell? Aber man ist ja gezwungen, Nebenaktivitäten zu machen. Das ist so voll Bescheid. Soll ich mir noch ein Energy reinballern? Meine Augen. Ich bin relativ wach. Eigentlich so. Aber meine Augen wollen zufallen. Ich hasse es. Das ist nicht schön. Ich glaube, es wäre echt sinnvoller ohne Energy gewesen. Da ist ein Auftrag, da ist eine Festung. Wenn wir diese Festung jetzt nehmen, gehört uns dann das Viertel? Was ist denn da unten eigentlich? Oh, Kohlendock. Schön. Eine gute Besserung, wie hier noch klingelt. Weiterhin. Ich hoffe, die Stimme wird schnell wieder. Einfach mit Tesa festkleben. Auf jeden Fall. Wo sind wir jetzt hier unten? Guck mal, hier in dem Viertel waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Faszinierend. Den Hangar können wir wahrscheinlich eh nicht kaufen, hier am Flughafen. Hier das hier. Mit Sicherheit noch nicht. Domizil direkt. Ist ja nice. Ich könnte noch nie. Hier ist eine Aktivität, aber ist wurscht. Auftrag. Ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ist irgendwie gerade ein bisschen, bis seitdem nicht. Hallo, Liara. Hallöchen. Hey, für dich geknuddelt. Es wurde ein Clip von dir hier gepostet. Vielleicht kannst du das ja mal testen gerade. Poste mal. Was ist nicht da? Ach, Link, kannst du das schnell nochmal machen, bitte? Und dann kann Liara das vielleicht testen. Das wäre voll toll. Das wäre voll schön. Liara, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, nach 100 Jahren tausst du auch mal wieder auf. Stimmt, ne? Voll schön, ne? Alles gut bei dir? Alles fit? Oh, Mann. Ähm. Bei mir eher nicht. Ich schlaf hier fast ein. Kai-Soon ist auch da. Oh, wie schön. Hallöchen. Freut mich voll. Wunderschönen guten Abend. Hm, hm, hm. Ähm. Ah, okay, es funktioniert nicht. Okay. Robert ist ja geil eingestellt. Hat doch die Klappe. Was soll das jetzt heißen? Ich frage mich eher, wie du das gemacht hast. Wie konntest du, Mobot, direkt sagen, dass fremde Streamclips nicht erlaubt sind? Das würde mich auch mal interessieren. Weil eigentlich kannst du das gar nicht so direkt das ihm sagen. Du kannst ihm halt Clips, oder? Da müsste ich gucken. Eigentlich geht das nicht, weil es ist ja das Link-System. Es gibt ja kein Erlaube-Clips, oder so. Oder so ähnlich. Da müsste ich eigentlich noch mal reinschauen. Aber ich frage mich. Ich frage mich, wie du dies hinbekommen hast. Aber danke fürs Ausprobieren. Und Klinge, dann kannst du mir mal helfen. Siehste mal. In dem Fall, weißt du was, was ich nicht weiß? Was ist denn da los? Das ist ein bisschen Gefummel. Ja, auch das ist ja schon ein Gefummel. Dass Links nicht erlaubt werden und aber, äh, Clips schon. Selbst das war ja schon ein Gefummel. Aber von dem her... Äh... Boah, was mach ich jetzt? Die Ronnen haben wir gerade gemacht. Boah, ich bin durch. Ich glaub, ich kann echt leider lange nicht mehr streamen. Nicht mehr lange. Boah, ich bin so durch! Kacke! Ich glaub, ich hör jetzt dann auf. Geh jetzt pennen einfach. Also um 20 Uhr. Und dann steh ich morgen früh auf. Um neun. Und dann streamen wir um elf und streamen den ganzen Tag. Fertig. Mann, ey! Machen wir das doch so. Machen wir voll den Marathon, ey! Soller Scheiß. Was? Amokfahrt. Apollos! Das heißt einfach Apollos! Oh, okay. Fast Food. Wie fies. Oh Mann! Mh! An dieser Stelle mal viele Grüße an... An Apollo. Ne? Von Pedrox. Hieß ja, ne? Ich hoffe, dem Kater geht's gut. Viele liebe Grüße. Und gute Besserung. Ich würde er wahrscheinlich nicht sehen, aber dennoch. Wenn es hier gerade so schon steht. Was für ein Zufall irgendwie. Der Apollo. Ich habe dir gesagt, du hast es streamen lassen. Nee. Ich wollte aber. Ich wollte unbedingt. Ich dachte, Energy regelt. Regelt aber nicht. Voll der Kack. Und drei Stunden haben wir trotzdem auf dem Tag raus. So haben wir trotzdem was geschafft. Also, was los? Ha! Haha! So, auf geht's. Na, das Links-System. Genau. Gerade nach Hause gekommen. Ui! Na sowas. Hupsi! Dann mach sie noch bequem ein bisschen bei uns. Lange werde ich nicht mehr da sein in dem Fall. Oder ich mache kurz eine Pause. Bin ich dann fitter? Kurz eine frische Luft oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hilft einfach nicht. Das kann ich helfen. Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal dann. Don't twitch and drive. Ganz genau. Don't twitch and drive. Das muss ich mir merken. Ich habe mir ewig... Ich habe ewig einen Satz gesucht. Irgendwie. Ach, das ist gut. Das merke ich mir. Don't twitch and drive. Drei Stunden von den zwei Stunden... Just calling. Nee. Drei Stunden von denen du... Zwei Stunden Just Chatting gemacht hast. Nee, es war eine Stunde. Es war eine Stunde. Ja, es war eine Stunde. Weil halbe Stunde war ja... Musik. Das war eine Stunde 15, glaube ich. Wo wir dann wirklich geredet haben. Dann haben wir schon gespielt. Stimmt. Das Pausen-Overlay seht ihr dann mal. Da hast du recht. Und iss was. Hallo? Hallo? Warum soll ich jetzt was essen? Dann wäre ich ja noch müder. Is was. Was ist da denn los? Ist das hier das Versteck? Ja, Festung. Auf geht's. Was ist Kus-Kus? Okay. Auf geht's. Los geht's. Die Anwerber von Samedi. Ja, das geht so nicht. Können doch nicht einfach hier irgendwelche... ...Leute anwerben. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Schlau bis hackt. Zack. Kopfschuss. Oh, Toffi-Fee. Geil. Hm. Erstmal so lange. Lutschen, bis die Nuss kommt halt, ne? Ja. Ich mach das immer so. Ich lutsch immer... ...Schokolade raus. ...Kau auf der Nuss rum. Und genießt dann das Karamell. Mach das noch wer so. Oder auch, ähm... ...die Nuss zuletzt manchmal. Das Karamell ist fast das Geiste. So, hier müssen wir wieder auch bestimmte Leute töten, anstatt irgendwie jemand einzunämmen. Das ist immer so voll merkwürdig. Die sind übrigens über mir. Also muss ich hoch. D-d-d-d-d-d. Das ist so merkwürdige Designs. Immer, äh, äh, Missions-Design immer voll merkwürdig. Ich sterb sowieso jetzt. Sag, tschüss. Äh, äh, ich hab keinen Hunger mehr. Hää, was? Wieso? Warum? Entschuldigung. Hä? Wie war's? Toffi-Fee ist geil. Äh, ähm. Toffi-Fee. Hä? Isst du die einfach so? Lutschen, bis das weiße kommt. Ja, genau. Kinderschokolade. Ist ja da nicht der Fall. Aber lutschen, bis... die Nuss halt kommt, ne? Ach komm, ich schmecke doch geil. Toffi-Fee. Macht ihr das nicht so? Ist dir die ganz, so, ganz, ganz, oder? Ich mach das immer so, okay. Dann, äh, nichts.